und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zum trecker simulator 2015 mit eurem bauer kubus dem alten sklaventreiber der mal wieder volle lotte unterwegs ist und jetzt werden wir mal gucken dass wir heute die ernte einfahren so gut es geht 35 prozent hat das ding den werden wir jetzt erst mal hier auf seite fahren müssen okay da ist schon wieder am ach so ja ist klar jetzt müssen wir mal gucken wo wir überhaupt noch was tun können der ist ja mächtig am umflügen der ist auch am sehen ja der hat im moment nichts zu tun weil hier nichts passiert und das passiert hier auch nix das voll doof so wir haben hier beim letzten mal haben wir hier ganz viel holz aufgeladen jetzt gucken wir erstmal das war vielleicht wieso sind denn die stämme jetzt wieder runter aber wollte sie mich hier auf den arm nehmen oder was die haben wir doch beim letzten mal haben wir diese aufgeladen oder nicht das verstehe ich jetzt nicht das entzieht sich meiner vorstellungskraft so hier sind wir fertig was haben wir denn hier mit dem kohle achten wir immer durchgucken wir haben so viel gerät ich weiß gar nicht mehr was machen können den könnten jetzt immer einmal eben weg bringen bevor wir jetzt hier anfangen und dann werden wir mal schauen dass wir jetzt so gut wie möglich ja heute kann wie die tiere soja soja ist klar jetzt wenn wir das ding erstmal hier schön hier in die ecke stellen und dann holen wir uns das andere teil und werden mal direkt wieder sehen damit wir das wäre beinahe voll in die hose gegangen vor die biose halt halt okay wir sind heute ein bisschen rabiater wir gehen direkt voller lotte dran dann werden wir nämlich jetzt direkt mal wieder sehen so dünne da könnten wir eigentlich direkt hier unten anfangen ne genau hier fangen wir warte mal ist das hier schon gemacht ich habe im moment überhaupt keinen plan ich habe jetzt etwas länger nicht gespielt weil mir die zeit ein wenig fehlte aber ich glaube wir müssen hier weitermachen ich glaube schon aber sicher bin ich mir da jetzt nicht okay wir werden uns einfach mal ein bisschen weizen machen soll der macht ihr weiter der ist gleich schon wieder fertig der ist auch fertig da tut sich nix dann wenn wir jetzt erst mal hier gucken dass wir so ein bisschen machen jetzt haben wir wieder das problem alles ist wieder abgeladen finde ich total bescheuert ehrlich so aufmachen so manchmal manchmal heute mal dreh dreh und fällt das halbe dingen wiederum super super müssen wir den ersten mal die richtige position bringen wird so schön ob die du ja das ist natürlich dann so eine eine echt beschissene wieso beschissene lage was machst du denn da alter was machst du ja so zack dann haben wir den ersten drauf das heißt für uns wir dürfen auf jeden fall die klamotten jetzt hoffe ich dass der arm lang genug ist wir dürfen die sachen nicht zu lange das reicht nicht von den baumstamm daran kommen nicht wirklich ich frage mich sowieso wo die ganzen bäume hingegangen sind hier sind nur zwei stück das heißt letztendlich wenn wir hier irgendwas absägen und das nicht direkt verladen und wegbringen dann sieht die sachen weg ich krieg die krise ich krieg die krise ja gut dann werden wir jetzt erst mal gucken weg den ding so jetzt müssen wir erst mal gucken so fahren wir erstmal hier rückwärts dann müssen wir nämlich hier ist man den baum aufladen so denn dann wären wir mal ganz schnell hier 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 mal gucken so jetzt müssen wir das ein bisschen von oben machen und so ziehen wir uns den ersten mal ran das wird jetzt ganz lustig werden hier wo das passt nicht doch das passt passt doch passt doch halte falsche richtung jetzt 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 ja gut hoffentlich passt das das sieht nicht so aus als würde das passen ich sehe hier nichts verdammte hacke normal okay so ist mal gucken so so können wir das lassen so nein so einmal zurückschwingen also das ist heute hier die geburt des jahrhunderts ich glaube ich krieg gleich die pimpanelle jetzt macht da meine dinge auf nicht schön aber selten so jetzt werden wir folgendes machen halt zurück 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 jetzt bringen wir das erst mal weg ein bisschen kohle wenn es mal eben dafür holen nur gucken ich glaube wir müssen hier runter jetzt haben wir zwar nur baut wow der gute kollege ist ein bisschen ein bisschen schnell so okidoki wo haben wir da unten ist es schon wir sind schon da und dann werden wir mal ein bisschen mehr abschneiden müssen glaube ich sonst kommen wir überhaupt nicht mehr in die pötte so hier haben wir auch ein problem und da haben wir probleme das ist fertig hier ist fertig hier tut sich aber im moment mit dem wachsen überhaupt nichts ok ich glaube hier haben wir noch nicht gemacht sondern wenn wir hier direkt mal mehr werden wir mal nicht weil das scheiße ist so und gucken jetzt können wir jetzt können wir jetzt können wir jetzt können wir ok so dann werden wir den hier mal auf seite fahren sonst steht er uns gleich im weg so dann gucken wir jetzt hier voran gar nicht da haben wir hier haben wir auch nichts so hier könnten wir jetzt sehen was das zeug hält aber ich bin mir nicht sicher ob wir das machen sollen weil der ist jetzt hier gleich fertig ok dann werden wir jetzt ah die hühner schreien so wo ist denn unser da ist er so dann werden wir jetzt erstmal hier ok dann müssen wir den jetzt erstmal hier runter fahren und dann holen wir uns die nächste Fuhre ab und dann haben wir zumindestens die Felder schon mal hier ok warum fährt denn der nicht weiter haben wir den gestoppt ne ne oh hier unten das Feld ist auch ganz gut am wachsen ist das Feld noch nicht fertig hier oder was ne ok der ist noch nicht fertig mit dem mit dem wachsen da müssen wir glaube ich die Zeit mal ein wenig beschleunigen so ja so und dann würde ich sagen das ist schon mal gar nicht so übel hier ist so eine Grünfläche gut die pflügt er erstmal um der ist noch da beschäftigt ah da ist ja was fertig ok dann werden wir jetzt hier mal eben noch alles absemmeln dann kriegen wir da auch noch was so wir brauchen aber noch einen Trecker weil ja unsere Holzwirtschaft kommen wir auch nicht mit in die Pötte wirklich wir müssen uns mal einen Traktor kaufen so was haben wir 237.000 haben wir und wir kaufen uns jetzt mal einen Hürlimann so den nehmen wir uns mit oh der ist aber süß so der ist süß äh falsche Richtung ok ok jetzt einmal rückwärts gang das ist aber ein kleines nettes Teilchen oh ja gut der war auch nicht ganz so teuer deswegen darf der auch mal klein sein oh der geht aber gut ob der kleine Scheißer hier ok dann geht es jetzt los wow der fährt ja der fährt sich gut dann können wir vielleicht warte mal ja genau wir haben doch noch irgendwie so ein ähm so ein Gewicht hier am Silo rumfliegen dann können wir das vielleicht direkt mal nehmen warte ja da mega Spiegel aber der ist knuffig den finde ich cool so dann haben wir noch was kleines dabei wir machen ja nicht nur so Mörderteile die richtig Kohle kosten ne dann haben wir mal was kleines das ist schon in Ordnung und dann können wir mal gucken dass wir hier noch ein bisschen was tun warte mal das war doch hier da vorne liegt es doch ich sehe es doch schon ja da ist es was war das alter was war denn das fliegender Trecker oder was ja Megabuck der hier drin ist alter Schwede meine Fresse so dann nehmen wir uns jetzt den großen Hänger mit das passt ja dann auch farblich richtig 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 gut so und dann können wir da rauf fahren ja das sieht schön aus oh ist das schönes gespannen haben wir was schönes gekauft Wunderbärchen wunderbar so jetzt fahren wir hier rauf zu unserem wow zu unserem gedrängen sind gedrängen oh hier wächst es auch schon ganz schön wow krass dann können wir bald die nächsten Sachen ernten also wir kommen aus dem Ernten irgendwie nicht mehr raus aber das ist ja auch nicht schlimm jetzt schauen wir mal wo ist denn unser ah der steht da hinten der scheint fertig zu sein das ist ja schon mal ein gutes Zeichen und es wird wieder dunkel und ich glaube ich stelle jetzt mal wieder die Zeit runter sonst ist bald hängen im Schacht also da ist nichts gewachsen das kleine Stück so so schön stehen bleiben so dann müssen wir eben gucken ja wo ist er denn ach da so dann müsste der doch jetzt eigentlich hier mal fertig sein oder nein ist er nicht hm hm das will nicht wachsen ok der hat 46 47% erst läuft irgendwie ein bisschen daneben kann das sein aber nur ein bisschen so 7% zack so dann können wir das hier wegfahren komm mein Schatz komm Schatti fahr fahr gib alles was du hast so dann hätten wir das Feld soweit glaube ich fertig oh oh hier möchte ich aber auch nicht runterfallen das kommt nicht gut also dann haben wir jetzt noch da unten das große Feld mit sag mal schnell mit Raps ja mit Rappes 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 da müssen wir dann auch mal gucken ob das soweit fertig ist ok so und dann hatte ich eigentlich mal vor dass wir ein bisschen hier die Karte mal erkunden äh wir sind super wir sind auf der falschen Seite Mann Kubus du Eierkopp so ui doch der ist cool der Trecker das ist richtig schön das Teil waa 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 so einmal ausladen bitte die so dann müssen wir jetzt mal eben gucken warte mal wo ist es denn äh ne das wird noch nicht fertig sein der ist auch nicht fertig wow das sieht gut aus da unten jetzt probieren wir es nochmal letzte letzte Versuch ne ne sieht nicht gut aus sieht gar nicht gut aus ok dann würde ich sagen wir lassen die Jungs noch ein bisschen ackern das machen wir das ist wir werden ja die Untertitelung. BR 2018